Agrotron X sind die aktuellen Deutz-Fahr-Top-Modelle. Die kraftvollen und sparsamen Deutz-Motoren sind ausgestattet mit 4-Ventil-Technik, Common-Rail-Hochdruckeinspritzung und extern gekühlter Abgasrückführung. Bestes leisten die 250 und 275 PS starken Agrotron X unter allen Einsatzbedingungen. Je nach Kundenwunsch bewältigt der Agrotron X Transportarbeiten mit 40 oder 50 km pro Stunde. Die Regelung der Höchstgeschwindigkeit erfolgt über eine Reduzierung der Motordrehzahl. So werden 40 km pro Stunde schon bei 1600 Umdrehungen pro Minute erreicht. Serienmäßig verfügen die Agrotron X über ein Sechsganggetriebe mit 40 40 Gängen, Vierfachlastschaltung und Kriechgang. In Kombination mit dem automatischen Powershift-APS und dem innovativen Bedienmanagement-Komfort-Tipp ist häufiges Rangieren an langen Einsatztagen angenehm einfach erledigt. Die Agrotron X sind für schwere Feldarbeit prädestiniert. Für kombinierte Arbeitsverfahren steht ausreichend Hubkraft zur Verfügung. 5 Tonnen in der Front und 10,5 Tonnen in der Heckhydraulik. Externe Funktionen werden mit bis zu sechs Hydrauliksteuerkreisen bedient. Die serienmäßige Load-Sensing-Hydraulikanlage bietet eine Förderleistung von bis zu 160 Liter pro Minute. Für den Fahrer ist bestens gesorgt. Die serienmäßige Vorderachs-Federung und die pneumatische Kabinenfederung bieten einen hohen Fahrkomfort. Noch mehr Fahrkomfort bietet die Optik.